Scheiße ist Leben kann man nicht sagen. Im Endeffekt eine Insel, die neu entsteht und dieser Lebensraum wird auch sehr rasch besiedelt. Der Dungkäfer hilft den Boden zu verbessern. Der Dungkäfer hilft, dass der Dung von oben nach unten geht und er verringert den Parasitendruck auf der Weide. Der perfekte Dunghafen am Anfang ist außen groß, innen feucht. Der ist super, der passt. Die Erstbesiedler kommen am ersten, zweiten Tag, dann gibt es Arten, die kommen jetzt nach drei, vier Tagen. Damit wir die gut eingreifen, nimmt man den Haufen mit. Danke. Und so haben wir die Gefahrenheit, dass irgendwelche Käfer entkommen könnten. Der Held fliegt heute um selben Jahre früher. Ja, schauen wir mal, was drin ist. Das ist eh spannend jetzt. Wir haben heute eine einzigartige Praxiswerkstatt zum Thema der Naturschutz steckt in der Scheiße, genauer gesagt im Kuhfladen. Das ist eine ganz spannende Sache. Jetzt interessiert uns natürlich, was da drinnen ist. Am besten kriegt man das raus, indem man auch so einen Fladen nimmt, in so eine Wandel reinhaut und den jetzt mit Wasser aufgießt. Die Käfer schwimmen auf und dann kann man sie einfach absammeln. Hast du schon was gesehen? Wie viele Dunkäfer da drinnen sind, das interessiert mich. Und wie sie aussehen und wie groß sie sind. Von den Dunkäfern her ist jetzt nicht viel drin, von diesen Skarabiden. Es sind aber auch Staphyliniden drinnen, wie man sieht. Auch diese Hydrophiliden sind drinnen. Die Dunkäfer, die aber spannender zu bestimmen sind, sind die Skarabiden, also die Blatthornkäfer. Und da habe ich eben eine so eine Probe drin, wie es ausschauen kann, wenn eine Weide ohne Entwurmungsmittel vorhanden ist. Wenn man da mal reinschaut, da sieht man gleich ein paar mehr Käfer, die da rumgettern. Im Prinzip sollte möglichst wenig entwurmt werden. Die Entwurmung hat einfach auf diese Insektenpopulation einen negativen Einfluss. Das heißt, die sterben teilweise früher, die bringen weniger Nachkommen zustande. Das Besondere an der Weide ist, diese Rindeweide hat noch nie ein Tier hat es gesehen. Seit 1960, die stehen das ganze Jahr draußen. Und da wundert es sich nicht, wieso dort der Dunck nach zwei Wochen weg ist. Der ist dann komplett weg. Je mehr Mistkäfer sind, desto schneller wird der Dunck abgebaut oder vergraben und ist weg von der Weide. Da die Diversität, wenn man sich das anschaut, die Farbenform ist eigentlich schon spannend. Du hast welche mit schwarz gepunktet, der ist ganz rötlich oben. Also ich sage immer, gute Weide für mich sind da, wenn 200, 300 Individuen drin sind. Das ist super. Der zum Beispiel ist ganz nett und spannend. Der ist Onthophagostaurus und der Name ist Programm. Schaut euch mal die Stierhörnerl an von dem. Der hat so richtige Stierhörner fuhren. Da zum Beispiel, das ist eine Top-Priorität. Im Fachkreis, die Art haben wir wiedergefunden im Lenzer Tiergarten seit 1938. Das ist der Mondhornkäfer. Wow, ist das Letztige. Für mich war das Highlight dieser Mondhornkäfer. Ich habe noch nie so einen Waschl Dunckäfer gesehen. Und es hat echt Spaß gemacht, in der Scheiße zu wühlen. Gerade Artenvielfalt im Kuhfladen ist in dieser Modellregion Flachgau-Mondseeland sehr wichtig, weil die Weidehaltung wird immer wichtiger. Und wenn man jetzt durch gezielten Einsatz von Entwürmungsmitteln mithelfen kann, dass mehr Insekten im Kuhfladen sein können und wenn das natürlich noch Zusatznutzen zu meinem Kuhwohl liefert, ist diese Win-Win-Situation für alle.